Was ist unser neues Premium-Produkt? Die Sohle Wasser-Wärmepumpe WPEIH Premium für große Wohngebäude, Industrie- und Gewerbegebäude. Wir haben hier die Möglichkeit, über die Heizgastechnik parallel zum Wärmepumpenheizbetrieb auch die Warmwasserbereitung optimal darzustellen. Die Wärmepumpe ist kaskadierbar mit bis zu 16 Geräten und wir erreichen somit eine maximale Heizleistung von 1400 Kilowatt.